Am 7. März um 19.05 Uhr ist es endlich wieder soweit. Die beliebte Kuppelshow Schwiegertochter gesucht geht in eine neue Runde. Wie jedes Jahr versucht Moderatorin Vera in Wehn passende Partner und Partnerinnen für die Kandidaten zu finden. Nun gab der Sender RTL auch bekannt, welche Männer sich dieses Jahr auf die Suche nach der großen Liebe machen. Marc aus der Oberpfalz Gerhard aus Oberbayern Mike von Rügen Nico aus Westfalen Die Brüder Ben und Mike aus Luxemburg Die Brüder Matthias und Christian aus Bremen Christian aus Niederbayern Tobias aus dem Münsterland Arne aus Oberbayern Nick aus Berlin Und Andi aus Ostfriesland Wir sind sehr gespannt, welche Frauen und Männer das Herz der Kandidaten erobern werden.